Die Bilder sind in der Tat humorlos, sind auch völlig pointenfrei und nicht witzig gemeint. Viele Leute suchen nach dem Witz und das finde ich dann wieder witzig, wenn sie davorstehen und sich fragen, wo ist es? Ich bin aber auch zwischendurch mal ein ernsthafter Mensch, man kann den ganzen Tag lachen und bin zwischenzeitlich auf der ganzen Welt unterwegs und gucke mir an, wie Menschen so leben, was da ist. Das ist das Einzige, was man tun kann mit dem Leben. Man kommt zur Welt, irgendwann lebt man wieder ab und die Zeit dazwischen will ja gefüllt sein. Und dann habe ich die großartige Möglichkeit, das künstlerisch zu tun. Einerseits erzähle ich auf der Bühne, andererseits mache ich Bilder davon.